Sie dürfen Ihre Ablängsstationen nicht aktivieren! Die Rebellen kontrollieren die Ablängsstationen. Wir müssen sie deaktivieren, sonst nehmen uns Ihre Y-Wing-Bombe aus Korn. Sie sind mit der TAT-Unterstützung aus! Verstanden, ich greife an. Zerstört den Abblick der Rebellen, um die Y-Wings zu stoppen. Feindlicher Y-Wing visiert unseren AT-AT an. Der aufständische Jedi Skywalker, er ist in eurer Nähe. Feuert bei Sichtkontakt! Feindlicher Vorbereitung Das war's für heute. Das war der Rebellen, visiert unseren AT-AT an. Die Rebellen haben Rowing-Unterstützung angefordert. Die Rebellen haben Rowing-Unterstützung angefordert. Wir haben Ihren Ableg deaktiviert. Verhindert jegliche Reaktivierungsversuche. Skywalker ist besiegt. Informiert Lord Vader. Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Die Bomber der Rebellen haben uns Rückenkappen. Läufer als Ziel erfassen. Wir wissen von einem Informanten, dass Skywalker an eurem Vorraten ist. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Die Rebellen haben die Uplink-Station aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um einen Angriff ihrer Y-Wings zu verhindern. Feindliche Y-Wings nehmen die Kampfläufer aufs Traum. Die Schäden des Kampfläufers sind ausgefallen. Die Schäden des Kampfläufers sind ausgelegt. Informiert, Lord Vader. Unser AT-AT ist noch für kurze Zeit ungeschützt. Schlagt das Rebellenpakt zurück! Jetzt werden die Rebellen den Zorn von Lord Vader spüren. Die Warnung des AT-AT ist schwer beschädigt. Rebellen ab links markiert. Vorrücken. Ach! Wir brauchen TIE-Unterstützung! Die Alpha 4, bin unterwegs. Hinter dir, für Kling ab! Die Rebellenbomber nehmen unsere Kampfläufer aufs Korb. Schwere Bodenunterstützung, Erlassung geflächten. Die Rebellenbomber haben die Ablegstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. StGB-1 und die Abwechung. Die Schreiber sind Sieg! Rebellen ab Link gestört. Operation befehlsgemäß fortsetzen. Rebellen ab 12 Uhr. Die Rebellen haben den Ablenk aktiviert. Vorrücken und abschalten. Falsche Richtung, Soldat! Achtung! Feindlicher Luftangriff! Verteiligt unseren Kampfläufer. Sein Schildgenerator ist gleich wieder online. Beschützt unseren Kampfläufer. Die Rebellen setzen ihm heftig zu. Rebellen ab links geortet. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Haltet die Augen nach Skywalker auf. Regeni wurde der Nähe eurer Position geortet. Kommt zurück und helft uns, diesen Schlag zu gewinnen. Rebellen geortet! Kommt durch! Sie müssen uns helfen, diese Verräter zur Rechenschaft zu ziehen. Ein Y-Wing hat unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Ich habe euch auf der Welt gefasst. Das ist das Ende von Skywalker und dieser armseligen Rebellion. Feind auf zwei Uhr! Ein feindlicher Bomber hat unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Die Rebellen kontrollieren die Uplinkstation. Wir müssen sie deaktivieren, sonst nehmen uns ihre Y-Wing Bomber aufs Korn. Feindliche Einheiten in Reichweite. Konzentriert euch! Wir haben Skywalker unweit von eurer Position geordet. Schaltet den Jedi aus! Wir haben Skywalker unweit von eurer Position geordet. Schaltet den Jedi aus! Konzentriert euch! Rebellen nähern sich! Konzentriert euch! Wir haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Rebellenablink deaktiviert. Keine voraus. Keine Anmarsch. Die Rebellen haben den Ablink an. Vorrücken und abschalten. Die Rebellenablink gestört. Die Rebellen kontrollieren die Ablinkstation. Wir müssen sie deaktivieren, sonst nehmen uns ihre Wiring-Bombe aus Korn. Die Rebellen 20. Meine ignorelle Rebellen. Futs embarrassed, ich schnaemics den Ablinkbros. Unser AT-AT wird von einem feindlichen Bomber anvisiert. Haltet die Augen nach dem Wellenhof! Dieser Kopfgeldjäger ist hier. Boba Fett, er arbeite für uns. Überfähende Ziele können wir nicht klagen. Fett, auf der Hand abziehen! Volle Konzentration. Rebellenaktivität! Die versuchen den Kampfläufer zu Fall zu bringen. Momentan angehen! Volle Deckung! Wir haben einen Kampfläufer verloren. Wir sind in der Unterzahl. Passt auf euch auf! Ihre Welt haben den Kampfläufer absolviert. Der Antrieb des Kampfläufer ist beschädigt. Drängt die Rebellen zurück. Der AT-AT muss noch eine Weile beschützt werden. Die Rebellen wollen unseren Kampfläufer zu Fall bringen. Skywalker ist besiegt. Er hat sich noch undocumented für die Welt zurückzüttiert. Eine Weile zu Kampfläufer. Vogelgekansa feiert werden. Der GOOD-Fontfläufer zeigt sich dass wir den Kampfläufer verlassen können. Der Kampfläufer wird geschehen. Der Kampfläufer hat man den Kampfläufer. Der Kampfläufer hat man die Kampfläufer hatte Päst. Der Kampfläufer hat man eine富 Isnchwert hat. Der Kampfläufer hat man die Kampfläufer hat. Vielen Dank.